So, jetzt lassen Sie mich in die erste Reihe, ich bin ja da nochmal. Okay, jetzt bin ich da in Kot gestiegen, das ist ja da schon wieder. Sagen Sie, ist der, küsst dieser Papst eigentlich auch immer den Boden, wenn er kommt ins Land? Nein, nein, das war der Wolti-Landler. Ah, in der Wolti-Landler, na gut, das ist gut so. Ja, ich höre ihn schon. Na, weil wenn der da jetzt den Boden küsst, dann wird er Stuhl küsst. Ah, hallo, da sind Sie ja wieder, schon wieder. Grüß Gott, grüß Gott. Hey Wahnsinn, jeden Tag kommen Sie jetzt zu uns, jetzt reicht es aber dann. Da kommen wir rein, in die Halle. Riecht es etwas streng, da herrigen. Das stinkt, das ist doch uns, ja, da, tut mir leid. Es ist eine schöne Halle, haben Sie da gebaut, schöne Halle. Eine Mehrzweckhalle ist das. Da, schau es. Ja, wer steht denn da im Weg? Ja, die Parzillenschleuder, grüß dich. Lieber Nicolo, wir waren brav, bitte machen Sie es gut. Ich bin da nicht der Nicolo, sagen Sie mal. Das ist doch gar nicht der Nicolo. Das ist doch gar nicht der Nicolo. Das ist doch gar nicht der Nicolo. Das ist doch der Nicolo. Das ist doch der Nicolo. Das ist doch der Nicolo. Das ist der Nicolo. Das ist ein Sängermusikant. Das ist so freche Kinder. Liebe Leute, es freut mich heute, dass alle hier sind. Ich spreche gerne auf dieser Messe und freue mich auch sehr, dass ich Unterstützung habe durch den Papst Benedikt XVI, ein Luxusmodell. Super. Hallo, Fischer. Hallo. Grüß Sie. Sie sind in meiner Schule. Hoffentlich kommt jetzt der Gänsflash gleich, weil ich habe meine Gläser nicht dabei. So, da sind die Gläser aufsetzen. So, Gläser. Meine sehr verehrten Damen und Herren im Saale und auch zu Hause, ich freue mich außerordentlich hier diese Landwirtschaftsmesse jetzt eröffnen zu dürfen. Sie haben eine sehr schöne Mehrzweckhalle hier. Ich hoffe, dass diese Halle nicht nur aus Gewohnheit steht, Herr Präsident, sondern auch den gütlichen Gesitzen der Statik genügt. In diesem Sinne erkläre ich die Messe für eröffnet. Vergilt's gut. Ihr Papst. Super gemacht. Und die Halle ist auch eröffnet, ja. Eins, zwei, drei, vier. Lieber Papa Benedikt, den uns der liebe Gott geschickt, segne für uns alle diese Mehrzweckhalle. Halle, 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 Halleluja!